Das ist nur so eine Timing Sache quasi, da gehst du zum Timing. Da steht auch immer da was du machen musst, das ist wie gesagt so viel mehr Timing. Muss ich eher zwei gedrückt halten, wenn ich was machen will? Gar nicht. Wer nicht. Ab dich! Oh, ich hab vergessen wie man Dinge macht! Oh, hab noch nie Volleyball gespielt! Die frühe Scheiße! Ja! Der hat abgewehrt, nee Dalu hat abgewehrt. Der ist schon wieder Profi hier. Guck mal, das ist so durch die Beine. Dalu ist das Gästmonster. Ich muss erst mal checken was ich mache. Ich sete. Zu früh my ass. Ich hab mein, oh. Ob ich? Ja, absolut geplant so. Achso, man muss ja nur, ich bin gesprungen. Zu früh my ass! Oh, oh. Oh. Oh, Luna! Hallo, ich muss das noch leeren. Ich weiß gar nicht. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Beim Spiken, das ist das einzige was so ein bisschen, wo man ein bisschen drauf kommen ist, du musst erst mal hoch springen und den hoch ziehst und dann spiken indem du wieder runter schlägst quasi. das sind so zwei Muffen. Zu früh? Keiner. Was ist denn das Biken? Meinst du blocken? Ja ne, das Biken ist schlagen. Das Biken ist so angerissen quasi. Also. Warum immer zu früh? Oh. Wie hat er denn? Keiner hab ich das gemacht, aber es hat irgendwie geklappt. Ich bin so bedäppert. Was ist zu früh? Oh, was? Das war aber nicht schlecht. Oh, Junge, da lege ich mich auf die Fresse für. Den hab ich. Rein. Stark, Luna. Also ich muss nur mit meinen Händen aber arbeiten, oder? Ja. Ja. Und wie hab ich auch noch nicht raus, Maluna. Ich mach einfach immer so Kreuze. Oh, ja. Das hab ich auch für so gut gerade rufen wollen, ja. Ach so. Hey. Da lege ich mich auf die Fresse für. Der Geh hoch. Oh, sie fließt. Oh. Die Annahme, Maluna, lieber Keen. Ah, der wird schneller, wenn wir alles richtig machen. Oh. Wenn alle drei Spielzüge richtig sind, kriegen wir einen Boost. Ja, genau. Ach. Ah. Ich weiß nicht, warum ich setten wollte gerade, Malwe. Hahaha. Oh, falsch. Ich so, ja, ich lege auch noch mal vor. Aber stehen geblieben fühle ich mich. Ja. Oh. 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 Maluna. Precious. Was? Oh. Als ob der drin war. Aber ja, nehm ich. Der war ja wohl nie. Ich hab nicht mal gesehen, wo der hingefallen ist. Ja, eindeutig drin. Hä? Hä? Der war drin. Aber warum? Das war ja gar nicht. Hey. Ich weiß nicht. Das war wirklich zu früh. Das ziehe ich an. Oh, das war... Ah ja. Oh, ich bin jung. Maluna, du bist ja... Oh. Malbett. 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 Hallo? Der geht hoch. Fällt ein. Krasser Typ. Oh! Ah, guck mal! Let's go! Er hatte keine Lust. Was? Der war aber auch heftig. Dass der noch drin war. Krank. Ja. Volleyball ist ganz geil. Ja, das war wirklich wahr. Das ist echt gut. Oh ja. Mann, ich mach mal zu früh. Spielende. Ich fühl mich wie in diesem Volleyball-Anime. Nein! High Q. High Q. High Q. Oh, guck mal, wir haben uns auch direkt Beine gebrochen. Ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist. Ich glaube, beim Spiken geht das. Beim Blocken auch. Du kannst die Deckung nach links oder nach rechts sehen, wenn du springst. In der Luft. Ah, okay. Ja, und man kann ja laufen. Manchmal kann man auch laufen. An Blocken, zum Beispiel. An Blocken, zum Beispiel. An Blocken. Gleich Blocken. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Ah, was für zu früh. Mal Luna. Hopp. Jawoll. Ja, schön. Ich habe wahrscheinlich nichts dran. Dass das legal war. Wie sie aussieht dabei. Das war ein perfektes Set und ihr. Ein epischer Spike. Da machst du ja nichts gegen. Epischer Spike? Was ist das denn? Alle drei Sachen haben perfekt geklappt. Ein Aufsteiger. Das ist zum Beispiel. Das ist der beste Spike, den wir machen können. Oh. Alter. Lona. Jetzt geht's los. Hallo. Der Aufsteiger. Hallo. Der Aufsteiger. Der mit den Körper geblockt. Das ist ja illegal. Was für zu früh. Ich werfe hier. Oh. Maruda. Was ist denn mit deinem Timing los? Beschreibt mal eure Controller-Bewegungen, damit ich die nachmachen kann. Unglaublich. Scheiße. Ach, was für zu früh. Habe ich? So, der ist drüben. Ja, ich wirf dir. Schön. Oh, Junge. Oh, Stark. Einer. Sit. Oh. 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 Ich hab nicht rechtzeitig reagiert. Egal. Den hab ich ja mit meinem Ellenbogen geblockt gerade. So. Oh, Junge. Mach mal. Geilo. Oh, sorry. Maluna, ich seh. Also, die Kamera ist nicht weich genug rausgegangen. Maluna. Maluna. Sorry. Sorry. Sag ruhig nicht diesmal. Dann mach ich noch nicht. Kamera hat dich nicht mehr auf den Schirm. Du bist reingetappt, Maluna? Ja, ich bin wieder dran. Geil. Hammermäßig. Wir wollen ja hier auch fair play, ne? Das gehört ja dazu. Süß. Süß. Hab ich? Ja. Ich werf dir nochmal. Hey. Oh. Let's go. Hä? Ich weiß noch nicht, wie ich beim Spiken so um seinen Block rum gucke. Ja, du kannst, wenn du zu spät schlagen würdest, dann schlägt der zwar langsam, aber dann falle ich wieder runter. Du bist ja nur ne kurze Zeit in der Luft. Das Timing beim Blocken verhindert den perfekten Schlag, sozusagen. Ah, warte mal, ich bin sehr leise, ne? Nö. Hä? Nö. Ja. Ich will trotzdem lauter sein. Ja, das ist mir klar. Ja, siehst du mal. Los geht's. Fang! Geh einer gleich? Ah! Oh, Maluna! Schön! Und noch mal! Und jetzt volle Power! Ja! Ich hab' schon zufrieden, mal bitte! Aha! Sie sieht immer so süß aus, wenn sie schlägt! Oh, ich hab' schon zufrieden, mal bitte! Oh! Oh! Den hab' ich! Oh! Oh, stark! Boah! Keiner? Oh, Maluna! Oh, stark! Leider? Ja! Der ist wieder! Ich mach' aber zu früh! Hab' ich? Ja, der war ja gar nicht. Oh, oh, oh! Unlucky! Ja, da war ich mit meinem kleinen Finger noch dran. Ja, stimmt. Oh! Guck mal, was macht die denn da? Masatinata 2.0, let's go! Ich, nein, ich will Kageyama sein! Ich hab' ich gesimpt auf Kageyama. Oh! Oh! Der war reingeschleudert. Der war wirklich geschleudert. Der war wirklich geschleudert. Ja, das Timing ist ein bisschen später, als man denken würde, hab ich das Gefühl. Ja, aber wenn du früher schlägst, schlägst du halt über den Block. Ja, das stimmt. Ah! Jawoll. Oh, Junge, da mault sie sich für. Oh, Junge, da mault sie sich für. Und nach vorne? Ja, okay, okay. Ja, egal, egal, egal. Ja. Hab' ich? Oh! Oh! Ah, shit! Oh! Hey! Oh! Oh! Minus Tempo! Das war Tempo 3! Oh! 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 Da war meine kleine Lady noch nicht ready. Okay, wir haben das. Na klar doch. Oh, da war kein guter Block. Ja, ja. Ich dachte voll früh, damit das nicht springt. Der kam ja richtig schnell. Ich habe mich rumgeeiert. Junge, Linda kann immer fliegen. Scheiße. Oh Junge, der ist ja so hoch. Wie das? Äh. Hab ich? Oh. Keiner. Oh Junge, aber in meine Arme. Oh Junge, krank. Hörst du dich? Oh Luna! Meine Hälfte fällt gleich runter, mach jetzt! Ah! Oh! Das gibt's ja nicht. Ich hab kurz geschlagen. Ich hab kurz geschlagen. Das ist ein Aufspiel. Oh. Oh. Deiner? Ja. Licht hoch. Lock. Super vedere. Mach��. Ach! place-spiel Hallo! Warte, warte! Hm-hm, warte, warte! Barte, warte! Guck den Reallife Volleyball? Nee, aber... Macht horas zum Spaß. das war nicht so so wollt ihr wollt ihr einfach noch mal so spielen wollt ihr durch wechseln oder wollte was anderes spiel ich möchte mit man nun an einem team so brown haired girls okay zu früh habe ich knappe küsse und das war wirklich zufrieden das ja noch angenommen wird bisher eine frechheit über den ich bin wirklich gesprungen schön 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 alles schön ach wie der fällt auf ihre hände die lag doch schon also kannst du kaum dort um das einzeln manchmal ist auch gar nicht so gut beim block dann kommt er so hart schön ich bin ich zu langsam ich mit ganzem körper geblockt das war wirklich zu früh ich habe gerudert wie so eine verrückte das war nix war ja sonst wo du bist ja so gesprungen warum bist du nicht angekommen zu früh rüber damit ich habe mich recht schlecht ich traue ich die kurze die noch geslidet ist aber das hat nicht mehr gereicht kann auch unterschiedliche aufschläge machen ich habe ich auch schon ich habe immer nach unten also von oben und dann noch mal von oben dann macht man so einen sprung draus ok wenn der wenn der lila wird glaube ich dann fliegt der blocker immer zurück da musst du ich glaube ich raten ob er links oder rechts landet als zweiter verteidiger der war einfach zu weit weg glaubst das war von unten das wollte ich gar nicht ohne das war zu früh selber sehr gut der war aber rein geschmettert das war hallo ach man Was ist das, wenn man springt? Was ist das, wenn man springt? Woher fliegt? Hammer, wenn du das Ding gerettet hast, Malona. Was? Sorry, Blitz. Der hat es sogar gemacht. Der hat es auch ernst versucht. So, jetzt aber. Oh, oh Junge. Schraube, Christian. Oh! Egal. Schön! Mach noch einen! Der kommt hier nicht durch! Oh, Junge, der war unexpected, oder? Für mich nehme ich ihn auch. Oh! Oh! Ich weiß nicht. Ich habe ihn ganz bewiesen. Sehr gut. Ja, den hat er nicht haben können. Junge, ihr... Was zieht ihr? Etwas zu früh, der Ball lag schon fast am Boden. Oh! Egal! Egal! Jawoll! Ein, und... Ja, war gegen die Regeln. Guck, oh, wie sie versucht. Oh, die Arme, klein. Mensch mal! Mensch mal! Komm, wir holen das! Wir holen das. Scheiß zu früh. Junge, wie... Oh! Oh! Ganz anderes Tempo, wie sie vorne. Ach so! Ich dachte, ich kann nur mal blocken! Hier nicht! Hallo! Habe ich? Ah! Oh! Oh! Ich wollte gucken, wie lange man warten kann mit dem Schlag. Wollte den... Ja, ja, genau. Aber dann auf einmal ist Ende. Aber man kann nicht wirklich entscheiden, ob der Ball nach links oder rechts geschlagen wird, oder? Das... Keine Ahnung. Ich hab absolut keine Ahnung. Ich hau einfach immer nur rauf. Ich hab das Gefühl, je präziser das Schlag ist, ob der orange oder lila ist, dann pflicht der halt immer so einen Lücken rein. Macht der das automatisch wahrscheinlich. Aber keine Ahnung. Was? Was? War zu früh? Oh! Ja! Let's go! Was? Der war doch aus! Wo ist denn der? Ist der gelandet? Der war aus! Der war aus! Also wo ist das? Wirklich? Das ist ja auch immer drin gewesen. Upsi! Naja, weißt du... Machst du nichts. Oh, hey! Schlag! Lady! Oh, volle Power jetzt! Oh, hey! Oh! Junge, der hat mich beinahe umgehauen. Oh! Nein! Da war ich ja beim... Da war ich ja beim... Da war ich ja beim... Aber ich war ja beim Block oben. Oh nein, ich war so früh! Oh! Oh! Schlager, Schlager. Das war wirklich schön. Das hab ich nicht kommen sehen. Oh, schön! Oh! Oh, Junge, was ein Play! Oh! 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 Nochmal! Einfach nochmal direkt nochmal hoch! Ja! Ah! Auf mich abzulecken, Dalu! Oh! Der war ja ultra wonky! Oh! Schön direkt hochgegangen! Das war geil! Oh! 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 Da war ich zu früh! Oh! Dass der drin war... Die beiden haben angefangen, das Ganze zu machen. Und Maso macht das immer, ja! Ja, ja, ja! Weil ich immer so aufgeregt bin! Ich will schon direkt so rein! Weißt du? Oh! Oh! Junge! Gut, die Schwäche ausgenutzt, dass sie noch geredet haben! Perfekt! Ja, ja! Nee, sie hat einfach übel angewartet! Aber richtig gut! Ich glaub, wenn wir mal beim zweiten schon rüberspielen könnten! Oh! 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 Ja, Baso! Wieder mit dem Hintern! Das ist doch... Weitermal schon... Oh! 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 Ah, das ist mein Kryptonit, diese schnellen Blocker! Ah! Ach, zu früh, mein Elf. Ach, oh schön. Geht doch mal nach vorne. Was war das denn? Oh, der war ja so schön. Junge, ihr spielt das ja so schnell. Ich bin immer so aufgeregt. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Oh, wie mein Elf da rumläuft. Er kommt voll verloren. Oh, ist ja noch. Very nice. Keiner. Das sind immer die schweren, finde ich. Die finde ich so schwer anzunehmen, wenn die so schnell kommen. Ja. Das ist nur noch Verdacht, wahrscheinlich haben wir mal hochziehen. Aufschlag macht am meisten Spaß für mich. Oh. Oh, Jungen. Keiner. Hast du den? Oh, dass du den angenommen hast. Oh, dass du den angenommen hast. Oh, dass du den angenommen hast. Illegal. Das war knapp. Junge Maluna. Reflexe wie einen Diamond. Leider. Valorant-Spieler. Genau mal. Oh, Junge. Das ist ein Play. Der war nix. Der war wonky. Ich habe auch extra viel geschlagen. Junge, Junge. Hau schön aufs Nitz. Jetzt wollen wir. Hab ich. Oh, krank. War sie mit ihr? Das war nicht nur bei Luna mit ihrer Secret Tech. Scheiße, das war so gut. Oh, das war so viel Ballwechsel. Hier rechts was. Mama Mia. Oh, illegal. Ah, hier war ich da zu spät. Ich war noch dran. Ich war noch dran. Da hat er noch gebremst. Das ist ein Kampf hier. Der einzige, die sitzt dann schon. Das macht voll Spaß bestehen tatsächlich, Valuna. Das muss man bei Tennis oder so ausprobieren. Ich bin nicht sicher, ob ihr nicht beschissen werdet. Diesmal wolltest du es sogar absichtlich machen. Manchmal leckten, weil es nicht geleckt. Der Arschbrot. Ich habe da richtig leppingen gerade. Die Arschanahme. Wie lustig wäre das, wenn das nicht klappt hätte. Oh, Scheiße. Da habe ich gegooft. Der war schön. Der war wirklich schön. Junge, immer in diese Ecke, ne? Oh, krank. Wir brauchen jetzt direkt... Musst du da direkt... reinballern. Oh! Junge, das gibt es ja nicht. Absolut. Stark. Hammermäßig. Aber das war echt eine starke Runde. Das hat Spaß gemacht. Wir hatten voll viel Ballwechsel, ne? So was ging so immer hin und her. Einer war richtig. Ja.